Was machst du da? Was für einen Befehl habe ich ihm gegeben, dem Idiot? Sofort. Ja. Auf den Weg. So, nochmal neun Frauen mehr. Jetzt haben wir genug Frauen fürs Erste. Jetzt brauchen wir das Geld, um die Burg auszubauen. Damit wir den nächsten... Ähm... Ja. Frage erreichen. So, du begebst mich bitte da durch. Auf den Weg führt uns durch Feindesland. Prapats Truppen sind in der Überzahl. Wir sollten nicht hier sein. Lasst uns besser einen anderen Weg suchen. Sofort. Das Lagerhaus ist voll. So, beklauen wir die erst mal wieder. Sofort. Wie ihr wünscht. Wie ihr wünscht. Auf den Weg. Sag bloß, die Schwertkämpfer bewegen sich nicht mehr. Ich fürchte, nein. So gut wie erledigt. Ja. Auf der Stelle. Jawohl. Angriff. Okay, dann bomben wir uns hier einfach mal wieder durch. Oh, sie bewegen sich doch. Auf euren Befehl. Erwartet mit den Bomben. Kämpft weiter. Oh, dann bombt doch ein bisschen weiter. Ich glaube, ich darf das Katapult nicht zusammenpacken. Ich glaube, das war der Trigger dafür. Oh, die... Äh, weiterlaufen vielleicht? Sofort. Natürlich. Auf dem Weg. Das Lagerhaus ist toll. So, was passiert, wenn ich den Dieb jetzt nehme? Was passiert, wenn ich abziehe? Dann passiert nichts Böses, okay. So, Saraya muss auf dem Marktplatz sein. Das ist ja gleich. Gut, das heißt, wir können uns jetzt... Das Gefängnis, in dem der Dorfälteste festgehalten wird, wurde gefunden. Diese Mauer versperrt uns den Weg in sicheres Gebiet und zu unserem Stützpunkt. Mit einem Katapult sollte sie jedoch kein großes Hindernis für uns darstellen. So, Kevin. Gut. Gut, das heißt, das mit der Mauer wäre geklärt. Ich kann bei Dieb einfach mal wieder nach Hause schicken. Wir haben noch viel Zeit bis zur nächsten Regenzeit. Gut. So, noch eine dritte Taverne. Ja, Mauer durchbrechen. Wir müssen dann noch in die Mauer da des Gefängnisses schlagen, um in sicheres Gelände zu gelangen. Wir sollen sparsam mit unserer Munition umgehen. Hab ich. Gefängnisse hab ich. Ja, wir brauchen erst den Schlüssel. Bevor wir den Gefängniskäfig benutzen können. Der Schlüssel zu dem Gefängnis soll sich in einem Lager von Karnas Priestern im Süden befinden. Jo, alte Hütte. Sofort. Wie ihr wünscht. Das Lagerhaus ist voll. Mal wieder. Aber mit der nächsten Steinfuhre können wir es ausbauen. Da kommt sie auch schon. Jawohl. Verstanden. Hm. Das war's für heute. Wie ihr wünscht. So, großes Lagerhaus. Alle Gebäude genug ausgebaut. Sofort. Alles klar. Vorwärts. Dies ist das Lager der Priester des unheilvollen Kults der Kraner. Wie es aussieht, sind ihnen die Tiger zum Verhängnis geworden. Lasst uns den Schlüssel zum Gefängnis suchen. Geschafft. Wir haben die Aufgabe erfüllt. Verstanden. Wir haben den Schlüssel. Befreien wir nun den Dorfältesten. Jo. Das wird uns dann das Vertrauen der drei Dörfer einbringen. Ein Steinbruch wird bald erschöpft sein. Ja, doch bringt er Steine. Was ist das? Jetzt. Ja. Ja. Ja, noch will ich mit beiden Steinen eher sparsam gehen. Ja, irgendwie wollte ich da... So, machen wir es halt so. Noch ein Seifenbacherei quetschen. So, den Käfig benutzen. Wir danken euch, dass ihr unseren Dorfältesten befreit habt. Wir erwarten seine Ankunft sehnlichst. Wir wollen hören, was er zu berichten hat. So, wehe, das gibt es jetzt wieder Game Over. Wir müssen die Mission erfüllt haben. Ja. Sofort. Dorf Ferreira, das bist... Das Leder der Dorfseite, okay. Sofort. Jawohl. Oh ja, ich hätte immer noch gerne irgendwoher Schafe. Auf euren Befehl. Für Hidun. Wie ihr wünscht. Entrichtet euren Tribut. Auf euren Befehl. Hier in dem Sumpfland allerdings gibt es nichts außer dem einen Wild und ein paar Tiger. Einen Tiger kann ich leider schlecht für Wolle scheren. Jawohl. Schon unterwegs. Und in dem Gebiet gab es... ...ein Schaf. ...kostet 500. Kann aber nicht sein, dass es hier nur ein Schaf gibt. ... Ist das Zweite irgendwie auf Abwege geraten? Ein Steinbruch ist erschöpft. Ich sehe hier ersthaft nur ein Schaf. Ach, gehen wir mal aufs Ganze. Ein Karren mit Rohstoffen ist eingetroffen. Ihr könnt diese Siedlung zu diesem Zeitpunkt nicht betreten. Unser Dorfältester berichtete uns Ungeheuerliches. Der Fluch, der den Boden der Furcht in Hidun nährt, ist eine Lüge. Die Ältesten wussten, dass es hier schon immer Katastrophen gegeben hat. Deshalb ließ Kana sie allerorts entführen. Wir brechen sofort die Verbindung zu ihrem Handlanger Prahpard ab. Da unser Dorfältester nun wieder unter uns weilt, wollen wir ihm ein Fest bereiten. Liefert uns Mäht und wir werden uns erkennlich zeigen. Wagt nicht einmal zu hoffen, Fremde. Ich werde nicht kartenlos mit ansehen, wie ihr euren schädlichen Einfluss weiter unter meinen Untertanen geltend macht. Ich verfüge über genügend Rohstoffe, um das Heer schon bald gegen Tela in Marsch zu setzen. Wie ihr wünscht. Eindringlinge! Ihr wollt mich stürzen, indem ihr meine Untertanen gegen mich aufbringt. Doch ihr werdet kläglich scheitern. Mein Heer wird zum Rube der göttlichen Kana jeden Widerstand in Tela und Hidun brechen.